Mein Name ist Holger Kübler. Ich bin Geschäftsführer der OCS Dienstleistungs GmbH und wir betreiben mehrere Biogasanlagen. Betreiben wir eine 2,5 Megawatt Gaseinspeiseanlage, eine reine Navarro-Anlage, in der Zeit 105 Tonnen Mais, Pflanzen-GPS und Zuckerrüben gefüttert werden. Hier in Erdebann am Standort haben wir derzeit zwei Maschinen, einen JCB 437 Radlader und einen Teleskoplader 541 AgriPro. Der Teleskoplader wird für Reinigungsarbeiten beladen von LKWs und dergleichen benutzt. Somit kann man sagen, dass der JCB 541 Teleskoplader uns mehrere Maschinen ersetzt, insofern er mit der Schaufel LKWs beladen kann, er mit der Palettengabel LKWs entladen kann und mit dem Kehrbesen für Sauberkeit auf unseren Anlagen sorgt. Wir haben uns für den Teleskoplader mit dem Dualtech-Getriebe entschieden, aufgrund dessen, dass wir zum Beispiel Reinigungsarbeiten mit einer Kehrmaschine verrichten und dabei das Getriebe hervorragend einsetzen können. Im Gegensatz zu anderen Teleskoplader, die wir früher im Einsatz hatten, konnten wir unseren Kraftstoffverbrauch erheblich senken. Da wir die Anlage täglich kehren müssen, sind wir besonders zufrieden mit dem Flexi-Mode, aufgrund dessen, dass die Kehrmaschine sich sehr gut einstellen lässt und so ein effizientes Arbeiten mit der Maschine möglich ist im Kehrmodus. Da wir mehrere Anlagen betreiben, müssen wir ab und zu die Maschinen von einer Anlage auf die andere Anlage umsetzen und müssen auch da feststellen, dass wir bei Straßenfahrt sehr zufrieden sind mit dem Teleskoplader, der bei 40 kmh doch sehr ruhig auf der Straße fährt. Die Smart-Hydraulik-Funktion unterstreicht nochmal die Effizienz des JCB-Rad-Teleskopladers. Eine Besonderheit dieses Agri-Pros ist, dass der Fahrkomfort einfach wesentlich besser ist als in früheren Zeiten und dementsprechend die Fahrer entlastet werden. Die Bedienung des Teleskopladers ist leicht verständlich und relativ schnell erlernbar. Da bei uns viele Mitarbeiter mit der Maschine fahren müssen, ist das ein wesentlicher Punkt, dass die Maschine nicht zu kompliziert ist. Lifelink, ein hervorragendes Instrument für uns, die Maschinen zu kontrollieren. So können wir zum einen sehen, wo sich die Maschinen befinden und zum anderen die Betriebsdaten der Maschine jederzeit vom Büro aus kontrollieren. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unserem Händler und auch zur JCB haben und auch Inspektionen, Reparaturen und Servicegeschichten immer prompt und zu unserer Zufriedenheit erledigt wurden, werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft mit unserem Maschinenpark auf JCB setzen. Aufgrund dessen, dass wir mit unserem Agri-Pro-Teleskoplader sehr zufrieden sind und das neue Getriebe zu schätzen gelernt haben, wird wahrscheinlich auch unser nächster Teleskoplader ein JCB mit einem Agri-Pro-Getriebe werden. Timor im Auftrag des WDR